Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer kurzen Durchsage. Heute Abend um 19 Uhr gibt es einen Livestream auf Twitch.tv slash Garderole HD. Da könnt ihr mir natürlich auch folgen, indem ihr unten auf Folgen klickt. Ja, was wird das Thema sein? Ihr seht es schon, Emergency 5, werden wir uns endlich mal angucken. Wurde ja auch mal Zeit. Und zu Gast sein wird der Yankee, der in unserem Social Media Center eure Fragen an mich weiterleitet, damit ich sie live im Stream beantworten kann. Also seid dabei, heute Abend um 19 Uhr und dann sind wir mal gespannt, ob Emergency 5 zu dem gleichen Debakel wird, wie das letzte Emergency in meinem Kanal. Also, euch gute Unterhaltung noch weiterhin in meinem Kanal mit meinen Videos und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend live.